so hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kommentar hier auf raid mit meiner wunderschönen vergüldeten msmc und ja ich habe heute ein bisschen ernsteres thema dabei ja und zwar habe ich mir so ein bisschen gedanken gemacht weil ich immer wieder auf leute online treffe die irgendwie ihre national flagge als emblem hier bei black ops 2 drin haben und mir auch so komische nachschreiben von wegen was weiß ich dass seine nation irgendwie voll geil wäre und unsere irgendwie voll für den arsch und so ja deswegen dachte ich mir ich mache mal so ein thema so ein commentary wo ich ein bisschen mehr darauf eingehe dass man sich von so von solchen gedanken irgendwie echt frei machen sollte dass man her geht und sagt so und so mein land ist das geilste und ihr seid alle anderen länder die sind irgendwie für den arsch und so und keine ahnung ich habe früher in meiner jugend auch den fehler eine zeit lang gemacht dass ich auch so drauf war dass ich gesagt habe okay mein land ist irgendwie obergeil und so ich bin stolz drauf und diese ganze dieses ganze gedankengut ist echt richtig was für ein arsch macht euch frei von dem gedanken dass sie das ihr her geht und sagt ich bin stolz so und so zu sein ich bin stolz irgendwie ein deutscher zu sein ich bin stolz was weiß ich marokkaner zu sein und macht euch echt frei von dem gedanken deswegen habe ich auch kein national flaggen emblem irgendwie in meinem leben weil viele mich auch schon darauf angesprochen haben und gesagt haben eh du bist doch türke warum hast du nicht die türkische flagge da drin und so möchte ich nicht weil ich mich nicht so begrenzen will also ich will nicht nur dastehen als als türke sondern das was ich bin so ich bin eine person und das ist das was für mich zählt so ob ich ob ich türke bin oder nicht spielt überhaupt keine rolle so weil im endeffekt kann keiner von uns irgendwas dafür dass er als das geboren ist also für die nationalität als das was er geboren ist wenn einer herkommt und sagt ich bin stolz deutscher zu sein oder ich bin stolz türke zu sein oder sowas da habt ihr doch echt keinen beitrag dazu geleistet so dass das ihr als als deutscher oder als türke geboren seid ich meine stolz ich finde stolz ist immer so ein krasser ausdruck und ich bin viel lieber stolz auf sachen die ich die ich selbst irgendwie geschafft habe so also ich bin zum beispiel stolz auf viele anderen sachen wie zum beispiel keine ahnung wenn ich wenn ich mir irgendwas neues geiles kaufe so soll ich ein handy oder so dann bin ich stolz auf das was ich erreicht habe so ich habe mir das gegönnt ich habe mir das erarbeitet und darauf bin ich stolz was aber auch nicht heißt so dass ich hier mit dem neuesten handy rumgehe und zeige so geil war ja deswegen also man sollte sich echt von dem gedanken freimachen dass man sagt so ich bin stolz das und das zu sein ich bin stolz das und das zu sein macht euch echt komplett frei von diesem gedanken weil ihr steht euch echt nur selber in dem im weg irgendwie wenn ihr euch echt nur auf diese kleine sache beschränkt so also jeder mensch ist viel mehr als die nationalität in der er geboren ist und wenn ich sehe dass das leute okay wenn man jünger ist es ist es ist es ein bisschen was anderes weil bei mir war es natürlich auch wenn man jung und dumm ist dann kommt man schnell auf diese auf diese tour ist man weil man halt noch jung ist und unerfahren und dumm dass man her geht und sagt ich bin stolz dessen deswegen was eigentlich bullshit ist weil keiner kann was dafür als was er geboren ist und es spielt auch überhaupt keine rolle wer was ist es spielt einzig und allein nur eine rolle was man aus sich macht so dass das ist viel wichtiger als irgendwie eine tatsache wo man selber irgendwie keinen einfluss drauf genommen hat so deswegen macht euch frei von dem von diesen handschellen dass sie sagt ich bin ich bin stolz irgendwie deutscher oder türke zu sein und sagt versucht lieber selber was zu erreichen so worauf ihr auch selber stolz sein könnt was ihr euch selbst erarbeitet habt und ja im endeffekt sind sind wir alle aus dem selben holz geschnitzt egal ob einer schwarz oder weiß ist oder braun oder gelb oder grün im endeffekt sind wir alle irgendwo menschen das sollte man echt nicht vergessen so ja ich weiß noch nicht was ich noch viel mehr darauf sagen soll jetzt das gameplay ist auch zu ende ich denke mal ihr habt ungefähr ein gefühl dafür gekriegt wie ich darüber denke und ihr könnt mir in die kommentare auf jeden fall schreiben so was sie über solche über das thema denkt ja das war's von mir bis sind bis auf